Ich kann mir gerade überlegen, ob ich die vielleicht alle so flammheimlich vielleicht versuche, auszunocken. Könnte aber schwierig werden, weil da unten ist noch mehr Personal, nicht nur Sicherheitspersonal. Ich bin so stark, ich bin so stark, ich bin so stark. Jetzt seht ihr Leute, wie viel Personal hier ist. Ich bin mir gerade total unsicher, was ich machen soll. Ich bin mir gerade, wie viel Personal hier ist. Shit, 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 mach ich das? Ich muss warten, bis der hier zu mir kommt. Ein weiteres sind wir los. Ich glaube nicht, dass wir so ansatzweise auch nur das ganze Boot gesäubert bekommen. Da oben ist noch einer und da oben ist noch einer. Die sind halt genau gegenüber voneinander. Es ist fast unmöglich, den einen zu bekommen, ohne vom anderen gesehen zu werden. Wie furchtbar. Was ist das? Oh nein. Wie furchtbar. Ich schaue es, ich schaue es, ich schaue es. Ah, sich zu können, deinem Ohr! Go, man! Ah, fuck! Scheiß Hardware! Zwei Stück sind noch auf den Kuhn. Das ist kein Eindringling, Dino. Nein, das ist kein Eindringling. Hey, der gehört zu DeadStack, Argo! Helft uns lieber mal! Ja, sprich auf! Shit, ich bin ein Shit. Keine Kugeln mehr! Oh! Ah! 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 Wer hatte diesen... Heiß Key! Der hatte den Key. Okay. Oh! Er ist ein Stock unten drunter. Er ist ein Stock unten drunter. Hier gut, nicht zwei. Oh! Quindi! Oh! Ah! So. Na? Der war schon rein. Oh! Da hätte ich auch einen Jumper rein können. Ich sehe, glaube ich, gerade nicht irgendwie einen Weg da rein mit dem Jumper. Obwohl, das wäre schon möglich gewesen. Das wäre nur ziemlich aufwendig gewesen. Das müsste gehen. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Ab den Hauptserver auf ihrem System muss ich nur noch physikalisch lokalisieren. Was die unter Tragwaffe stehen, könnte alles mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Sorry, dass ich gerade ziemlich wenig kommentiere, aber es ist etwas aufwand. Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending, Mensch. Halt den Mund! Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schafft den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Ihr wollt mich jetzt verarschen. Ihr wollt mich jetzt verarschen. Also, ihr wollt mich jetzt schon verarschen, oder? Ich muss das das fette Teil jetzt nicht wirklich irgendwo hier hochbringen. Ah, okay. So. Dann muss ich dann noch mal rüber zum Server. Und dann fahren Günther, so habe ich den Server gerade genannt, und ich jetzt mal ein bisschen Aufzug. Ich kann nichts tun. Ähm, Leute, ich kann kein Ding zum Server ergreifen. Ich kann den Server nicht... Ich kann nicht auf den Server zugreifen. Oder muss ich so lange warten hier einfach? Wo bist du? Du müsstest mich jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich suchen? Ach du Scheiße, das ist nicht der Mond! Ist das deine Drohne? Überraschung! Extra für uns umgebaut. Du holst das Teil immer ab? Hi. Hi. Ja, genau. Fuck! Oh Gott! Oh Scheiße! Schnell hin nach runter! Oh Gott! Okay! Okay! Was? Fuck! Hey, Josh, Mann! Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Erstes Mal wetten wir. Wissen Sie, Michelle, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellweather Zugang gewährt, damit Sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aufs vollen Rohr und auf Duschan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, mannt. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, okay? Aber wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Seid, Stern! Er ködert uns. Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal uns in den Dreck zu ziehen als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig, nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit und bringen wir die Sache zu Ende. Gute Idee. Bin sofort dabei. Alles klar. Und stell deine Schüssel Müsli, oder keine Ahnung, was das war, oder gesalzen Erdnüsse. Keine Ahnung. Einfach bitte mal weg. Ray, bitte. So, jetzt schauen wir... Oh, ich kann was forschen. Achso, aber Oh, doch. Ich kann was Neues forschen, was ich forschen will. 22 Forschung. Holy fuck. Wo habe ich denn die plötzlich alle her? Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ja, es kann schon Vorteile haben, oder ich mache halt sowas. Aber das brauchen wir nicht unbedingt. Das hier ist, glaube ich, schon mehr von Vorteil. Weil den Jumper braucht man dann doch des Öfteren, wenn man nicht mit Marcus sein will. Und ich bin eben nicht die Person, die komplett immer aggressiv mit Marcus reinrennt. Deswegen habe ich mir das auch mal gegönnt. Sonst würde ich sagen, brauchen wir nur noch das hier. Und dann können wir irgendwelche unnötigen Sachen machen, oder nicht so wichtigen, meiner Meinung nach, wie hier solche Botnet-Ersparungen, oder hier einfach mehr Botnets kaufen, oder hier sowas. Krebssicherheit. Die Sachen können hilfreich sein, aber sie sind jetzt, glaube ich, nicht so das, was ich unbedingt machen würde. Alter, schaut euch mal die Followerzahl an. Das ist Musik in meinen Ohren. So, ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem mal hier um, ob es hier irgendwelche Missionen noch gibt. Das hier ist die Mission Roboter Krieg. Weil hier scheint dann anscheinend noch eine Mission zu sein. Vermutlich die hier. Ja, sprich mit Citara im Hackerspace. Ich würde sagen, können wir gerade mal machen. Oh, sind noch mehr Forschungen verfügbar? Nee. Das stand da nur. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Aber vielleicht schaffen wir es danach ja sogar schon wieder irgendwas erforschen zu können, falls diese Sache auch so viele Punkte bringt. War was dabei? Massenhaft scheiß viel Gutes. Ich habe uns schon eine Spitzengelegenheit herausgesucht. Also, die Wiederwahlkampagne des Abgeordneten Thrust kriegt logistische Hilfe von Invaid. Das ist seltsam. Und illegal. Genau. Wieso spenden die ihm kein Geld? Invaid hat über Jahre gesammelte Daten. Ich meine, der Shit ist viel mehr wert als Geld. Aber warum helfen die einem Deppen wie Thrust? Ohne fremde Hilfe findet er seinen eigenen Hintern nicht. Tja, greifen wir ihn an. Machen Radau. Mal sehen, was er macht. Ja. Soll er mal reagieren? Treiben wir ihn raus. Geben wir das bekannt. Marcus, glaubst du, du kannst ihm eins reinwürgen? Oh ja, ich weiß schon was für ihn. Ich verziere die Mordsreklamewand mit seiner dummen Visage drauf. Eine deutliche Botschaft. Und ich kümmere mich um seine Wahlkampfgelder. Und ich werde ihn in den sozialen Medien blamieren. Und ich demoliere auch gleich seine Website. Und ich mach auch seine Online-Werbung Platz. Ich geh mir noch ein Bier holen. Ja, viel Spaß. Würde ich auch an seiner Stelle machen. Eure Freiheiten sind nur in einer starken Demokratie sicher. Aber Interessen von Konzernen beeinflussen Wahlen. Eure Wahlen. Euer soziales Lieblingsnetzwerk Invite weiß alles über euch. Und sie manipulieren eure Feeds, um eure Meinung für ihre Interessen zu kontrollieren. Sie täuschen euch, damit ihr diese Marionette wählt. Den Abgeordneten Mark Frost. Invite besitzt das mächtigste Werkzeug zur Meinungskontrolle, das es je gab. Verteidigt Demokratie. Helft uns Invite zu vernichten. Leit uns Prozessorleistung, in die wir unsere App herunterladen. Und gemeinsam schnell wird Frost los. Hilft uns. Wir sind der Zag. Ich möchte noch kurz einwenden, für die Leute, die es noch nicht begriffen haben. Frost ist Donald Trump und Invite ist Facebook. Und das ist jetzt kein Witz. Und das, obwohl das Spiel 2016 rausgekommen ist, sprich, ein paar Monate bevor Donald Trump zum Präsident gewählt wurde. und da das Spiel Ende 2016 rausgekommen ist, bedeutet das, diese Story war vielleicht schon ein Jahr vorher in Entwicklung, ist schon ein Jahr lang fertig gewesen, also hat man wirklich genau das, was ja nachgewiesenerweise wirklich passiert ist, hier vorausgeahnt. Und das ist schon ziemlich bitter und ziemlich lustig. Wo man jetzt sagen muss, es war irgendwie schon zu erwarten oder mitzurechnen, aber es ist trotzdem cool, dass man das hier in so einem großen Titel eingefangen hat. Darüber gab es dann damals auch eine ziemlich große Debatte darüber, dass eben genau dass ein Watch Dogs 2 hier wirklich so mehr oder weniger vorausgeahnt wurde. Und ich finde es immer noch cool. So. Wir beeilen uns mal noch so ein bisschen Shit. Ich will mich nur irgendwie am Umfang lassen. Aber wir sind auch schon gleich da. Da drüben müssen wir hin. Na? Dafür müsste ich jetzt... Nein. Nee, ganz ehrlich, es interessiert mich ziemlich wenig. So. So rum? Ah, okay. falsche Richtung. Noch ein bisschen nach unten. Noch ein bisschen. Ja, er, das sieht schon ziemlich gut aus. Ähm, Kran. Ähm, was? Leute, das habt ihr aber auch gerade schon gesehen. A ein bisschen zu viel